Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC Check zu einem neuen Review. Und zwar haben wir heute mal von Enderfy das Solum Broadcast Mikrofon. Ihr kennt Enderfy von den Wasserkühlungstests und auch den Luftkühlern, die ich immer so getestet habe bei mir auf meinem Kanal. Und heute schauen wir uns mal ein bisschen Peripherie an. In dem Fall, wie eben schon gesagt, ein Mikrofon. Das ist jetzt vielleicht nicht für jeden was, aber für die Streamer unter euch auf jeden Fall interessant. Auch für die, die vielleicht ein bisschen Wert darauf legen, dass der Kollege, mit dem ihr im Voice sitzt, nicht direkt Ohrenkirps bekommt, wenn ihr durch euer Headset sprecht. Deswegen ist das vielleicht schon eine ganz feine Sache. Es handelt sich hierbei um ein USB-Mikrofon. Wir werden es auch gleich noch auspacken und natürlich auch die Soundqualität testen. Das kommt schon mit einer Mikrofonspinne und einem Mikrofonarm. Das heißt, ihr braucht nichts mehr dazu kaufen. Ich persönlich habe lange Zeit mit einem NT1-A von Rode gearbeitet. Das Problem dabei ist, ihr braucht das Mikrofon, ihr braucht die Spinne, ihr braucht den Arm, ihr braucht ein Mischpult, ihr braucht ein XLR-Kabel und ihr braucht ein Klinkenkabel und noch ein Netzteil für das Mischpult und so weiter. Phantomspeisung, das sind alles solche Themen. Darauf kann man hier verzichten, beziehungsweise das, was man braucht, ist wirklich mit dabei. Einfach nur Arm dran packen, Mikrofon dran, Spinne dran, USB-Anklemmen, fertig. Der Preispunkt des Mikrofons liegt bei ungefähr 117 Euro, 120 Euro. Das schwankt immer wieder. Der Link ist unten in der Videobeschreibung zu Amazon und auch zu Geizhals. Bei Geizhals habt ihr halt immer den günstigsten Preis. Klar, es gibt Händler, die sind da nicht gelistet, aber meistens ist es halt der günstigste Preis, dass ihr es darüber dann auch bestellen könnt. Und ich würde mal sagen, wir packen das Ding jetzt aus und testen das auch mal. Also erstmal, der Karton ist riesig. Ich muss sowieso mal gucken, wie ich das alles auf die Kamera draufkriege. Wir schauen uns mal eben hier diese Daten an, die hier stehen. Also erstmal hat es eine Mute-Funktion, das werde ich mir gleich noch angucken, wie das genau funktioniert. Es soll wohl Touch sein, ich habe aber auch schon einen Knopf gesehen, müsste man mal schauen. Hat auch noch so einen RGB-Ring, das sieht man unter anderem hier, dieser blaue hier. Der soll wohl der Indikator sein, ob das Ding gerade an ist oder eben nicht. Wir haben dann hier noch so einen Knopf, womit man quasi die Mikrofonverstärkung einstellen kann. Als Membran haben wir hier eine 20mm Gold-Plated Membran, also goldbeschichtet. Der Arm, der ist einstellbar, der hat wohl drei Gelenke. Die Gesamtlänge schauen wir uns gleich noch an. Ihr habt einen Kopfhöreranschluss, habt daran dann auch nochmal eine Einstellung, wie laut oder leise der sein soll. USB-Plug und Play ist klar, habe ich ja eben schon gesagt. Und dann haben wir noch zwei Jahre Garantie. Und ich würde mal sagen, ich packe die ganze Nummer jetzt aus. Eins kann ich schon mal sagen, die Art der Verpackung gefällt mir sehr, sehr gut. Also sieht wirklich sehr edel aus, kostet ja auch ordentlich was, man kann so von ab. Aber finde ich schon mal ganz cool. Klappen wir die ganze Nummer mal auf. Und da begrüßt uns auch schon das Innenleben mit dieser typischen Karte. Da steht immer nur drin, Dankeschön, dass man das Teil gekauft hat. Hier haben wir eine Manual. Ja, wow. Es ist wirklich nur ein Blatt. Der Rest sind irgendwelche Safety Instructions. Also man soll USB-Kabel, klar, am Rechner anklemmen. Und hier wird halt noch gesagt, dass der Tisch maximal 63mm dick sein darf. Also wenn ihr jetzt nicht gerade auf einer Küchenplatte spielt, passt das eigentlich überall. Und hier diesen Code, den hatte ich eben schon gescannt. Und man bekommt dann einfach die Manual nochmal als PDF. Ja. Was ich aber schon mal ganz geil finde, hier ist kein Plastik drin. Also gut, klar, das Bauteil an sich sicher. Aber das hier ist Papier. Das war so ein Thema, was mich immer ein bisschen aufgeregt hat bei den Wasserkühlungen. So, dass jeder Lüfter einzeln verpackt war. Hier haben wir wirklich Papier. Das finde ich schon mal ganz cool. Das Mikrofon hat einen integrierten Popschutz. Also für diese P-Laute, damit die nicht so knallen im Mikrofon. Hier ist nochmal so ein Schaumstoffteil dabei. Ich denke, das hat auch optische Gründe. Das hier ist die Halterung für den Tisch. Kann man so abschrauben. Und ich kann euch schon sagen, ich hatte einige Mikrofonhalterungen schon in der Hand. Und die haben dann so ein lütiges kleines Ding. Ich suche das gerade mal. Das habe ich bestimmt noch irgendwo liegen. Ja, genau. Das hier war das. Vergleich das mal. Das ist ein Unterschied. Also ich würde das hier auf jeden Fall vorziehen. Dann haben wir hier den Mikrofonarm mit dem passenden Kabel dazu. Das Kabel soll wohl drei Meter lang sein. Werde ich gleich auch nochmal abchecken. Und das wird hier so ein bisschen drin versteckt. Also das baumelt dann nicht blöd rum. Das ist schon mal ganz nice. Und hier haben wir jetzt das Mikrofon. USB-C-Anschluss. Klar, für die Datenübertragung. Kopfhöreranschluss. Das hier ist die Spinne. Die ist wichtig. Sagen wir mal, ihr zockt gerade. Und ihr habt irgendwie nichts getroffen. Ärgert euch. Kloppt auf den Tisch. Dann knallt das nicht so im Mikrofon. Dann wird das dadurch nämlich abgefedert. Und dann haben wir hier noch diesen Gain Control. Also denke ich mal Mikrofonverstärkung. Oder Kopfhörerverstärkung. Kann ich euch noch nicht sagen. Werde ich gleich testen. Und hier ist noch ein Knopf. Scheinbar für die RGB-Beleuchtung. Und jetzt weiß ich auch, wofür dieser blaue Popschutz ist. Ich denke mal, das kann man hier einfach... Ja, das kann man abziehen. So sieht die ganze Nummer ohne Popschutz aus. Würde ich euch aber empfehlen draufzulassen. Weil sonst knallt das halt bei jedem P laut. Aber den könnten wir eigentlich mal drauf machen. Ein bisschen PC-Check-Blau. Sieht irgendwie besser aus. Ja, mal eben richtig drauf machen. So, dann haben wir es auch schon in blau. Ist es egal, was ihr halt gerne mögt. Ihr könnt den schwarzen oder blauen drauf machen. Ist völlig wurscht. Und ich würde mal sagen, ich montiere dieses Teil jetzt erstmal hier hinten am Tisch. Dafür setzen wir den jetzt einfach hier drauf. Und dann schrauben wir den von unten fest. Jetzt schnappen wir uns hier diesen Mikrofonarm und klemmen den einfach so da drauf. Jo, das hat gescheppert, aber es hält. Ich bin aber auch schlau, ey, ne? Ich versuche die ganze Zeit, den zu bewegen. Hat nicht funktioniert, weil da ein blöder Kabelbinder dazwischen ist. Alter! Ihr habt ja gerade gesehen, wie der hochgefedert ist. Na klar, der muss ja auch das Mikrofon halten. Was wundere ich mich eigentlich? Aber ich versuche den jetzt mal herzuziehen hier. Komm mal ran hier. So. Also wirklich, wenn kein Mikrofon dranhängt, ihr seht es. Uah! Also wirklich, wenn kein Mikrofon dranhängt, der geht wieder nach oben. Man kann den aber hier mit diesen Schrauben, das gleiche gilt für das Gelenk da oben, so festmachen. Ich lasse ihn jetzt erstmal lose, weil ich jetzt erst das Mikrofon dranmache. Dafür habt ihr hier an dem Mikro ein Gewinde. Das kommt dann hier oben drauf. Und jetzt klemmen wir noch das USB-C Kabel einfach an die Geschichte hier an. Und das war es dann auch schon. Ja, ich würde mal sagen, ich klemme die ganze Nummer jetzt an meinen PC an und dann machen wir mal einen Soundtest. Ich will jetzt nur mal wissen, wofür dieser eine Knopf hier hinten war. Okay, man kann die Farbe einstellen. Grün, blau, nochmal blau, lila, rosa, rot, grün. Das war es. Gelb ist schon mal nicht mit dabei. Wer also BVB-Fan ist und das in Schwarz betreiben möchte mit gelber Beleuchtung, funktioniert schon mal nicht. Und hier hört ihr jetzt die Original-Soundqualität von diesem Mikrofon. Ich habe das ganz normal am Rechner angeschlossen. In OBS wurde es auch sofort erkannt als Endofile Solo im Broadcast. Konnte ich direkt einpflegen, einfach eben Pegel einstellen und dann war gut über dieses Rädchen hier unten. Hierüber könnt ihr auch muten. Natürlich hört ihr mich jetzt nicht über das Mikrofon, sondern über dieses hier vorne. Dann wird der Ring rot. Also wenn ihr da nochmal drückt, wird er einfach wieder grün oder eben die Farbe, die ihr euch eingestellt habt und dann ist das auch direkt wieder aktiv. Also ich habe mir die Aufnahme jetzt gerade mal angehört, die ich eben gemacht habe. Ich habe es ja das erste Mal ausgepackt. Ist ja bei mir immer so. Ich packe die ja nicht vorher aus, gucke mir das an, packe es wieder ein und zeige es euch dann, sondern packe es wirklich immer das erste Mal aus. Und ich finde die Qualität sogar ein bisschen besser als von meinem Quadcast. Das hier könnte durchaus mein nächstes Mikrofon werden. Ihr werdet es dann ja sehen bei mir in meinen Taug-der-was-Videos. Da hatte ich ja sonst immer dieses rote HyperX Quadcast. Ich werde in Zukunft mal das hier nehmen und auch einfach mal die Community fragen, was ihr davon haltet. Wenn ihr sagt, das alte war besser, okay. Wenn ihr sagt, das ist besser, dann behalte ich das. Was ich auf jeden Fall eleganter gelöst finde, ist hier einfach dieser Arm, weil bei mir habe ich das halt alles so zusammenklabustert. Irgendwo hier einen Arm gekauft, dann irgendwo ein anderes Kabel gekauft. Hier ist alles in einem Paket. Finde ich schon mal ganz gut. Übrigens, die Kabellänge wird ja vom Hersteller als drei Meter angegeben. Da haben die das aber schon mit eingerechnet. Ich habe das eben gemessen. Also vom Ende des Armes bis zu eurem PC hättet ihr dann zwei Meter Kabellänge Platz. Und das reicht eigentlich für alle Anwendungen. Zwei Meter, ob der PC jetzt oben steht, unten steht, ob ihr den in der Front anschließt oder hinten, völlig egal. Das passt schon. Übrigens wollte ich noch messen, Gesamtlänge quasi von der Tischaußenkante bis zu eurer Schnute, was da maximal geht. Und das sind in dem Fall 80 Zentimeter. Das kommt dann auch hin. Ungefähr ein Meter Kabel verschwindet hier in dem Arm. Zwei Meter kommen hinten raus, seid aber bei diesen drei Meter Herstellerangabe. Und es funktioniert halt echt erstaunlich gut. Egal wie ihr es euch hinstellt, es hält so. Ihr könnt das hier auch noch verändern. Hier den Winkel, da ist so eine kleine Schraube dran. Könnt ihr das hochstellen, dann könnt ihr das so benutzen, wie ihr möchtet. Oder irgendwie von oben und dann in die Front, völlig egal. Im Übrigen stehen hier noch so ein paar technische Sachen drauf. Ich habe da persönlich überhaupt keinen Plan von. Für mich muss es gut klingen. Aber ich lese es euch gerne nochmal vor. Kabellänge drei Meter, ist klar. Richtcharakteristik Niere. Das ist immer ganz wichtig, ob man jetzt wirklich seitlich reinspricht oder in die Front oder wie auch immer. Eigentlich dürften dann da auch die Tastaturgeräusche nicht zu hören sein. Die Abtastrate sind 96 Kilohertz. Ich habe überhaupt keinen Plan davon. Ich lese es euch jetzt einfach nur vor. Eingebauter Popschutz, äußere Schaumstoffwindschutz. Ja gut, das haben wir. Das ist klar. Ihr könntet das theoretisch auch ohne diesen Schaumstoff benutzen. Das funktioniert. Kompatibilität, auch noch ganz wichtig. Funktioniert unter Windows, unter Linux und unter macOS. Also wenn ihr jetzt irgendwie ein Apple oder so habt, funktioniert damit auch. Ansonsten steht hier eigentlich nichts mehr Besonderes, was irgendwie von Interesse wäre. Wie gesagt, ich verlinke euch das sowieso. Wenn ihr da irgendwie Spezialisten seid, was Sound angeht. Die ganzen Daten stehen auch auf der Hersteller-Website. Gut, das wäre es dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lass einen Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt ruhig mal in die Kommentare, wie ihr die Soundqualität fandet. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.